es 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 mit dem lieben guten Tag wir spielen halt eine Runde ähm wieder am Start hier und ihr seht schon das Thema hier rechts Helikopter oh ja ich überlege was ich da machen kann dann nehme ich das einmal bei mir kann es echt kottisch werden ich glaube nicht dass es bei dir kottisch wird na ich weiß auch nicht wenn wir gleich sehen wir machen das und wir nehmen einfach komm wir nehmen das oh Gott noch 4 Minuten das ist voll viel eigentlich packst du das in der Zeit hm ich glaube eher nicht ich bin gleich fertig oh als ob es so schnell bei dir geht ja aber mir geht es immer schnell oh no das kann was werden das kann was werden bei mir bei mir gar nicht ich habe gar nicht dann kommt ihr das ist nicht geil ne genau safe nicht safe nicht diesmal nicht Gott äh das sieht ja jetzt schon kacke aus so für den Ping übrigens mein Bruder ist gerade hier und jetzt schnell im Internet mit und wenn die Kenntnisse also ich nehme ja mit Benicam auf und das ist ja bei mir ein bisschen verpackt und ja zieht mir einfach hinterher ist es einfach nicht mit Internet zu tun hat aber egal das das dann hat sie in der Ecke da 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 ok mein sieht richtig komisch aus ja wenn du mal meins siehst wenn du mal meins siehst das sieht doch nicht das sieht doch nicht normal aus meins was sieht daran denn normal aus das ist bei mir bitte noch mal ich bin gar nichts sagen wir so ne meins geht gar nicht schön meins auch nicht andere kann man verlesen wenn man meins ist ne das wird schon legendär scheiße legendär also legendär scheiße ne bestimmt nicht ich werde zweit fertig du bist fertig ja obwohl ich noch ein paar sachen ändern ne 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 like deiner kommt ne 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 no solle знаю Nein ich esse stochen ey stuffed gut reicht schon das ist ich also ich finde gar nicht so schlecht ahne ne ne d ich bin locker weggesprengt der ist aber süß ich gebe mir er wurde klein gebaut der ist halt ein bisschen zu klein für die zeit finde ich stimmt das ist kein helikopter nee also da fehlen ja unten diese das fehlt also ein bisschen ich finde den einfach nicht schön ja das ist einer einatmen das war nicht schlecht ergeben mehr und er gibt es okay doch gut habe ich wohl verloren nicht es hält du bist und ich habe verloren nicht okay und mehr und wie zur Hölle okay Leute wir machen nur eine zweite Runde dann sehen wir uns gleich tschüss so Leute mir ist die zweite Runde irgendwie abhanden gekommen und ich konnte die irgendwie nicht mehr aufnehmen bzw habe sie nicht mehr wiedergefunden die zweite Aufnahme kommt wahrscheinlich noch morgen oder sowas also die zweite Runde kommt wahrscheinlich noch morgen oder sowas aber ich wollte es jetzt noch mal kurz erklären damit ihr wisst warum es jetzt keine zweite Runde gibt ja erst für dich bis 9 bis 10 bis 14 bis 56 bis continu